Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 28. September 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 470 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Office Apps, Revolut, CryptoBank, Lenovo, Land Rover, Freitag und Schweiz in 3D. Ich beginne gleich mit Microsoft, einer Neuigkeit, die eigentlich keine wirkliche ist, weil eigentlich ziemlich klar, denn Microsoft stellt die eigenen Office Apps App ein. Und zwar nicht die für iOS und die für Android, logischerweise die für Windows Mobile, Windows 10 und solche Geschichten. Sprich eben den Bereich, den Microsoft leider hat fallen lassen und nie richtig befeuert hat. Schade, schade. Konsequent, aber sicherlich von der Stelle her. Und ja, auf Android und iOS kann man es ja zum Glück noch gut nutzen, die ganzen Apps. Dann gab es ein Interview mit dem Revolut-Gründer in der Handelszeitung. Genau, in der Schweizer Handelszeitung. Da ging es darum, um den aktuellen Stand von Revolut in der Schweiz. Aktuell haben sie über 50.000 Kunden, heisst es ist das elfgrösste Land oder das Land, elfgrösste, das elfte Land mit den, das Land mit den elfenmeisten Kunden von Revolut. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf oder besser gesagt ausgesprochen habe. Auch sonst sind ein paar Details mit drin. Unter anderem wieder mal das Versprechen, dass die IBAN-Nummer für die Schweiz bis Ende Jahr kommen wird. Das glaube ich mittlerweile in Revolut nicht mehr so ganz, denn das wurde schon mehrfach verschoben. Ich hoffe es natürlich ganz stark, da ich Revolut sehr, sehr fleissig nutze. Zum Einkaufen, zum Shoppen, was auch immer. Online-Tätigkeiten und natürlich im Ausland reisen. Da ist ja Wucher, was andere Banken so verlangen. Wer sich dafür interessiert, ist ein wirklich interessantes Interview mit ein paar Zahlen, Hintergründen, wie gross das Revolut ist, wo man noch hin möchte und so weiter. Sehr tolles Interview, wie ich finde. Wir gehen gleich im Banken, im Fintech-Sektor weiter. Und da hatten wir ja schon mehrfach bei der Daily, aber auch im Geek Talk News Format, dem grossen Mutter-Podcast quasi, über Krypto-Geschichten, die im Kanton Zug, hier in der Schweiz generell, aber vor allem im Kanton Zug abgehen. Zum Beispiel hatten wir ja da das erste oder die erste Behörde in der Schweiz, die auf Kryptowährung setzte oder wo man Kryptowährung annahm und so weiter. Jetzt gibt es die erste Kryptobank in der Schweiz. Das Ganze will abgestützt auf vier verschiedene Pfeiler sein und eine Universalbank sein, somit diverse Lösungen anbieten, unter anderem auch für Jungunternehmer und so weiter. Klingt extrem spannend. Ab dem zweiten Quartal 2019 will man soweit sein und ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen, weil das klingt spannend. In diesem Jahr haben wir ja schon gehört, dass Lenovo und auch Samsung, nee eben nicht, Samsung und Huawei noch in dem nächsten und übernächsten Monat ihre Smartphones zeigen möchten mit einem faltbaren Display. Bei beiden hat man auch schon gewisse Videos und gewisse Bilder dazu gesehen. Was ein bisschen vergessen gegangen ist, dass eigentlich Lenovo und Motorola, natürlich Lenovo im Hintergrund, aber Motorola im Jahre 2016 schon ihr erstes faltbares Smartphone gezeigt hat. Und mit dem soll man anscheinend auch in dem nächsten Monat noch ein bisschen mehr davon sehen, respektive ein bisschen mehr davon zu Gesicht bekommen. Wir dürfen also gespannt sein und ja, mal schauen, wie das weitergeht mit diesen faltbaren Smartphones. Wäre das was für euch? Gerne sonst mal in die Kommentare und oder über Social Media in unsere Richtung feuern. Ja, Land Rover und Jaguar, das sind zwei Firmen, die nicht bei den 400 bereits aktuell verfügbaren Fahrzeugen auf der Welt sind, die die Möglichkeit bieten, CarPlay zu integrieren. Das ändert sich jetzt, denn zu meinen Land Rover wie aber auch Jaguar werden ab ziemlich sofort und ab nächstem Jahr die Möglichkeit einbauen, eben auf CarPlay zu setzen. Beide möchten aber nicht nur CarPlay abdecken, sondern auch Android Auto. Das finde ich vernünftig, finde ich sowieso sehr praktisch, wenn der Nutzer oder der Käufer eines neuen Autos sich selber entscheiden kann, was da für ein System drauf ist und nicht irgendetwas Proprioritäres von einem anderen Anbieter oder vom Wagenhersteller selber setzen muss. Top und ja, wir dürfen uns weiter freuen. Es ist ein Feiertag für Fotografen. Das hat zumindest der Google Watch Blog betitelt. Mit dem 20-jährigen Bestehen der Suchmaschine Google hat man ja viele Neuigkeiten ausposaunt und man möchte da einiges ändern. Beim Bereich der Bilder wurde da schon ein bisschen was getan und in Zukunft wird es so sein, dass man direkt in den Suchergebnissen schon sieht, wer der Creator des Fotos ist, also der Machter des Fotos ist und über was für Möglichkeiten man das nutzen kann, wenn überhaupt. Das erleichtert einem die Recherche bei Bildern insgeheim und auf die Erweiterung freue ich mich schon sehr stark. Die Schweiz in 3D. Die Schweiz ist eines der ersten Länder, die komplett in 3D digital abgelichtet und gezimmert wurden. Wenn ihr euch das Ganze mal anschauen möchtet, es gibt einen 3D-Karten-Viewer direkt vom Schweizer Bund, also vom Bundesamt der Landestopografie. Die haben die komplette Schweiz in 3D modelliert, über die ihr jetzt surfen könnt, rumfliegen könnt und euch die Schweiz mal in 3D aus der höheren Perspektive anschauen könnt. Wenn ihr da was entdeckt, das euch freut oder euch Spass macht, dürft ihr uns natürlich das Ganze zukommen lassen über Social Media, über Mail, wie auch immer. Wir sind gespannt und ich werde jetzt noch ein bisschen rumsurfen. Ich gehe zurück in meine Heimat, ins Bündnerland und schaue mir da das eine oder andere an. In diesem Sinne, das waren es die News, die ich heute für euch bereit hatte und somit auch für diese Woche, denn es ist schon wieder Freitag. Heisst für euch, es geht bald ins Wochenende und für mich heisst, ich übergebe den Stab wieder. Ab dem kommenden Montag wird der Achim wieder für euch da sein und dann die Daily direkt aus Graz bis Stabilen. In diesem Sinne, euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Bis bald, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.